Hallo und grüß euch. Heute bin ich zu Besuch bei Züchterkollegen, die züchten Beagle. Beagle sind wirklich ganz liebe Hund. Meistens dreifärbig, so wie man es da sieht, mit der Grundfarbe schwarz. Die Grundfarbe schwarz ist deswegen so, weil der Beagle genetischer schwarzer Hund ist und trotzdem aber mit kleinen weißen Zeichen und meistens mit braun gezeichnet ist. Bei den ganzen Hunderassen, die es weltweit so gibt, das sind ungefähr 800, hat jede Hunderasse so ihre Spezialbegabung. Bei dem Beagle ist es selbstständig Fährte aufnehmen. Deswegen sollte man den Beagle auch im Wald nicht freilaufen lassen, dass er nicht abhaut. Ich habe ja gerade schon gesprochen von der Spezialbegabung von der Hunderasse. Das ist bei jeder Rasse so. Früher war ja der Stellenwert von einem Hund ein anderer wie heute. Da hat man ja tatsächlich den Hund in der Jagd gebraucht, dass man sich Essen besorgt. Weil die Hundezucht gibt es ja nicht erst seit letztes Jahr, sondern es wird seit hunderten Jahren gemacht. Heute haben die Hundebesitzer im Normalfall den Hund zum Gesellschaften und zum Begleiten der Familie und nicht mehr zum Essen beschaffen. Wobei der Beagle als Fährtehund nicht dazu gezüchtet worden ist, dass er Tiere umbringt, sondern dass er die Fährte aufnimmt und den Jäger dort hinführt, wo er was schießen kann. Wenn man den Beagle im heutigen Einsatz beurteilen möchte, dann würde ich sagen, das ist ein ausgesprochen kinderfreundlicher, familienfreundlicher Hund, der sportlich ist und brav. Beagle böhen auch nicht so viel. Die sind eher das Jaulen, wenn einem da was nicht passt. Das ist dieses Meute-Geheule, dieses Wuhuhu und nicht unbedingt Wauwau. Und wenn man einen Hund natürlich ganz gut erzieht und sozialisiert und an seine Umwelt gewöhnt, dann ist ein Beagle wirklich ein guter Begleiter für Jung und Alt. Sehr gerne, haben wir schon gemerkt, in den letzten Jahren werden Beagles in Städte gekauft, weil es einfach ein toller Wohnungshund ist, der keinen Lärm macht, der wirklich brav spazieren geht, der überall dabei ist, der sich mit Kindern und Katzen verträgt. Und wenn man halt Wald und über Land spaziergängen macht, bleibt er halt einfach an der Leine, dann gibt es kein Problem mit ihm. Beagle sind nicht allzu groß, ihr seht es hier an der Mutterhündin, die ist jetzt relativ dick aussehend, weil sie natürlich ein volles Milchgesäuge noch hat, aber so ein Beagle hat ungefähr zehn bis zwölf Kilo und hat meistens unter 40 Zentimeter Schulterhöhe. Das heißt, er ist deutlich unterm Knie und hat auf jedem Sofa oder Fernsehsessel nur genau Platz. Beagle sind auch sehr verträglich, wenn man mehrere Hunde oder mehrere Haustiere hat und haben ein besonders pflegeleichtes Föhl. Die kurzen Haare sind nicht bei jeder Hunderasse gleich. Der Beagle, der wird einfach mit einem Waschloppen abgewischt, dann ist der wie neig. Das weiß bleibt er immer weiß. Wenn er schmutzig ist, weil die Wiese oder Erde los und schmutzig ist, dann einfach anwischen und passt schon wieder. Den muss man nicht aufbauen oder einschamponieren. Das ist wirklich ein pflegeleichter, handsamer Hund. Beagle sind auch stets freundlich, egal wer da herkommt. Sie sind interessiert an allem, aber haben eben nicht so eine hyperaktive Ader wie zum Beispiel Checrasso, die dann stundenlang Balle jagen wollen und so aufgedreht sind. Das entspricht nicht der Beagle Natur. Natürlich ist nicht jeder Hund gleich, weil das sind keine Kaffeehefel aus der Fabrik, sondern lebende Tiere und somit ist das Verhalten unterschiedlich. Das sieht man auch bei den Wörtern. Die einen sind neigierig, wie der kleine da zum Beispiel. Das ist wieder ein recht frecher Lauser, der will genau schauen, was ich da film und erzähle. Ja, du bist ein Lump. Und die anderen sind wieder mehr da am Holzscheider oder ein bisschen am Ameinandersurfen interessiert. Die Charaktere sind unterschiedlich. Im Hintergrund hört man einen Traktor. Naja, ich komme, die Sonne scheint und der Nachbar fängt auch zu mahnen. Das ist halt so. Das lässt sich nicht verhindern. Wir sind halt nicht alleine auf der Welt. Die Welpen sind jetzt in der sechsten Woche und in der sechsten Woche ist es so, dass die auch schon selber fressen. Das sieht man jetzt da. Mit sechs Wochen können die schon ganz tüchtig trocken Futter knappern. Das macht ihnen überhaupt kein Problem. Und von der Zeichnung her, wenn ihr ganz genau schaut, sieht man, jeder Hund ist unterschiedlich. Sie haben eine schwarze Decke und mit unterschiedlich viel Weiß. Und alle haben es weiß-braun im Gesicht. Das braun wird nur ein bisschen rötlicher mit der Zeit und zeichnet sich dann noch etwas schärfer ab. So wie man es jetzt bei der Hündina sieht. Wenn ich zu meinen Züchterkollegen fahre, habe ich immer unsere Gitterteile da mit. Weil wenn die Hunde natürlich im Garten umeinander laufen, sind sie überall dort. Nur nicht da, wo ich mit der Kamera bin. So, Welpen beim Spielen beobachten ist natürlich klasse. Und jetzt kommt ja endlich die Sonne wieder aus. Jetzt hat sie ein paar Tage gegrillt. Das ist nicht so gut. Und wenn die Welpen so über sechs Wochen sind, dann versiegt die Muttermilch bei der Hündin. Und sie fressen dann wirklich selbstständig. Aber die Milchleiste bleibt dann aber bei der Hündin ein bisschen ausgedehnt. Und nach ein paar Wochen zieht sie das wieder zurück. Und man sieht der Hündin so gut wie gar nichts an, dass sie die Junge gehabt hat. Daisy! 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 Das ist ein rechter Brafe. Man muss aber dazu sagen, und das sage ich auch bei allen Züchtern. Wenn man einen Züchter besucht und die Welpen anschaut, das ist bitte kein Zirkus oder Zoo besucht. Auch die Hündinnen sind nicht immer interessiert an fremde Leute, haben den natürlichen Instinkt ihre Welpen zu beschützen und sind deswegen nicht immer sehr begeistert an fremde Leute gekommen. Das ist ja ganz logisch. Wir wollen ja auch nicht, dass alle Weltern unsere Babys umeinander gerüffelt. So, und jetzt kommen wir mit unserem Video schon wieder zum Schluss. Wir wollen uns verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch die kleinen Schnuckelchen gut gezeigt. Falls sie sich noch stehen, versuche ich jetzt auch noch schöne Fotos zu machen. Aber das ist nicht immer so leicht. Wir werden sehen. Und wer Interesse hat, ein Anruf genügt. Und ich vermittle euch zum Züchter. Und ihr könnt selber herkommen und euch eine Schatzerlaussucher. Bis dann. Baba.